Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es dann wieder neue Highlights und zwar von der Solo-Hype-Night, die ich am Freitag im Stream gespielt habe. Wenn ihr solche Streams nicht verpassen wollt, checkt doch gerne den ersten Link in der Videoschreibung aus. Dort kommt ihr zu meinem Twitch-Kanal, lasst dort gerne ein Follow da. Ich würde mich auf jeden Fall extrem freuen, außerdem ihr werdet kommentiert und teilt dieses Video, lasst ein Abo hier auf dem Kanal da und für euer Verständnis, Bei dem Turnier gab es im Prinzip zwei Varianten. Einmal den Herausforderer Cup, da muss man als Busfahrerpreis 300 Hype bezahlen, bekommt dafür mehr als bei der normalen Solo-Hype-Night. Da muss man eben halt nichts bezahlen, aber man hatte die Chance, dass man zumindest beide insgesamt spielen kann. Ich habe beispielsweise den Herausforderer Cup am Anfang erst am Ende zu Ende gespielt. Am Ende hatte ich dann noch 30 Minuten ungefähr Zeit, wo ich dann den anderen Cup spielen konnte und hatte so dort eben halt auch noch die Chance, Punkte mitzunehmen. Allerdings gab es mit dem Herausforderer Cup auch leichte Probleme und deshalb habe ich dafür anscheinend keinen Hype bekommen. Ist jetzt auch aus dem ganzen Spiel irgendwie draußen. Vielleicht wird das mit dem Update diese Woche oder nächste Woche gefixt. Ich hoffe es mal, ansonsten war es trotzdem ein schöner Cup und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit den Highlights. Oh, weise gespielt. Oh, es ist White, es ist White. Nein! Ich hätte fast einen Kill abgestaubt. Oh, eine blaue MP. Jetzt halt nochmal Klaus. Oh, Schildbroke. Alter, ich liebe die Arcana. So eine geile Waffe. Jawohl. Sehr schön. Es ist White. Nein, ich komme hier nicht aus. Nein, ich komme hier nicht aus. Einen Kill. Ich bin meine erst, ich bin nur mit. Abonnie ist einfach so viel Warpower. Ach so. Oh, so gut gespielt. Oh, hier habe ich noch gar nicht die Outdoor-Hand-Einstellungen an. Oh, hier habe ich noch gar nicht die Outdoor-Hand. Ich habe noch gar nicht die Outdoor-Hand. Sieht schlecht aus. 21. Ja, keine Chance. 29 Punkte. Bis gleich. Gut müde, ich würde auch ein Discord. Gut. 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 Jawoll! What? Digger! Wie unfair! Als ob nein! Zweiter Biggie! Zwei Biggies werden! Zwei Biggies werden! Zwei Biggies zu titreieren! Zwei VRE volunteered! Zwei VREEL 약간! … Zu 9 regarded USA. Oh Gott! die 90 die wir wurden runtergeschossen das ding ist alle werden halt hat ja wie viel ab hier hatte ich streame schleife ich gleich ich glaube ich stehe aber auch nicht da sind die wohnung und verkündet sich hörst du eigentlich wenn ich hier die im kugel eben bei Nee. Warte, ich guck jetzt, wie ich spiel. Hörst du das? Nö. Ich bin hier noch ein wenig. Alter, ich falle wieder gegen so einen Skin. Ich gebe ihm 48er Headshot. Okay, ich geh auch an mir zu tun. Der Moment, wenn man kommt, dass er da einen in den Weg kommt. Der Moment, wenn man kommt, dass er da einen in den Weg kommt. Aber ich würde nicht mit ihm ziehen. Nach dem Ball würde ich mit ihm ziehen. Ja. Aber ich würde nicht mit ihm ziehen. Der Moment, ich hab 133. Ich hab 190 der Heer. Nicht, oder? Pistel. Oh, nice. Geile Chest. Spaß. Die hier halt auch wieder in Lazy Lake nie mal gelandet ist. Ja, bei mir landen immer welche. Bei mir nie. Geile Schnatsch. Berne. Je согласone. Be mir da jetzt mehr. Okay. Ich fahre mich nur nebenbei, ich bin einfach voll über die B. Oh, instant shill broke. Ehrenwert. Ich fahre mich nur nebenbei.